... abgeliefert, insbesondere im Spiel nach hinten, ging alles schief. Da hat der Trainer sich vorher seine Strategie zurechtgelegt. Er hat gesagt, heute verteidigen wir mal ganz hoch und darum ist es auch ein Sieg der richtigen Strategie. Bevor wir gleich nach Hause gehen, möchte ich mich noch bei Hansi Küpper für seine treffenden Analysen heute Abend bedanken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020